So, ich stelle mich jetzt hinter dich. Du läufst gerade, oder? Ja, ich bin hinter dir. Da habe ich schon wieder was da. Ja, ich habe auch was gehört. Alter, jetzt wird's creepy, ehrlich. Können wir dich mal um Ruhe bauen? Ja, ehrlich. Guck mich hin. Ja, wo bist du denn? Hier oben. Ich rutsche gerade wieder. Ich stelle mich hinter dich. Warte mal, ich komme. Wir bauen jetzt einfach... Wir sind... Ja, wir sind... Keine Feiglieger. Bau mal... Ja, wir haben keinen... Oh, wir brauchen Flachs. Wir brauchen Flachs. Ich brauche Flachs, besser gesagt. Lord Sedum, du Verräter. Ich glaube, da wurde gerade jemand geköpft. Oh. Keine Ahnung. Und er hat doch gesagt, er wäre zu zweit. Naja, jetzt nicht mehr. Okay, komm, lass uns bauen, bevor hier... Bevor wir jetzt noch weiter hier, ja. Ja, genau. Mach mal hier deinen Tisch auf und ich mach mal meinen Ofen... Ne, den Ofen ist noch zu hell, zu dunkel. Warte, ich baue ihn mal kurz auf. Einmal Nummer 8. Alter, ist das Ding fett. Ich kann das gar nicht irgendwo hinbauen. Doch, hier. Unauffällig. Unauffällig. Unauffällig, auffällig. Ach so, warte mal. Ich packe meinen Teil dann mal daneben, glaube ich. So. Einfach mal seinen Schmelzofen in die Tasche gepackt. Ja, mach ich auch mal so. Ja. Ist immer gut. Meine Kerze anzuzünden, oder? Äh. Ich kann es da nicht hinbauen, irgendwie. Weißt du, die stehen schon um uns herum hier, weißt du. Ja, genau. Die beobacht das schon bestimmt seit Stunden. Und dann auf einmal kommt der und trötet auch noch, damit jeder es hört. Okay. Oha. Okay. Was für ein Holz? Wie groß machen wir das jetzt? Machen wir das von hier? Machen wir das von da? Machen wir das von da? Ich weiß es nicht. Na, mir soll es egal sein. Ach gut, wir können ja bis hier bauen. Denn... Wir können uns dann nach Haus breiten später. Ja, genau. Komm, machen wir erstmal von hier. Hier, ich baue mal hin und dann Holz, ne? Hast du T3? Was? Hast du T3-Blöcke? Holz? T3? Ja, die sind in T aufgereiht. Mensch, du hast das Spiel länger gespielt als ich. Ja, hier sind T3, ja. Die wollten wir das, ne? Ja, jetzt sehe ich gerade, was du meinst. Davon kann ich drei Stück machen. Ich kann mehr. Und ich habe 84 Holz. Wo ist das denn so Holz? Ja, ich regel. Ist kein Thema. Sonst Lehm. Das hat nämlich genauso viel. Ist aber eben heller. Ne, hat 2000 Euro. Nein, ich habe 2000 Holz. Passt. Okay. Lern mal schreiben. Ne, machen wir nicht. Hier wird nicht geschrieben. Wir sind im Mittelalter. Hier darf man falsch schreiben. Mal, ich helfe dir mal. Reden nicht gleich, bist du erstmal nackt am Strand. Sagt der Sonnguru. Der basht ihn wieder bis in die Steinzeit zurück. Der macht den Genki gar mal, ey. Hast du schon dein Holz hier reingepackt? Welches Holz? Nein. Ich habe, ich baue noch. Alter, wie viele, wie viele Steuern haben wir denn gerade? Zehn wieder. Wir hätten das ausnutzen müssen, als es noch Nullen war. Null war. Nullen war. Das sind alles Nullen. Der Baum macht einen Abgang. So. Das macht mir echt Angst da oben irgendwie. Weiß ich nicht. Wer? Kann der da echt runterschießen eigentlich nie, ne? Wer? Der König? Runterschießen im Sinne von Katapult oder Pfeil? Ja, beides. Ich glaube, Pfeil wird schwieriger, aber Katapult weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er so ein Arschloch sein wird, dass er jetzt Buden kaputt schießt. Auch wenn es im Textchat steht. Wäre er doch irgendwie fies. Er steht ja nur im Textchat. Nein, nein. Und wir können ja doppelt und dreifach bauen unsere Mauer. Von oben. Dann macht sie auch keiner kaputt. Ich habe auch wie so gedacht, unsere Mauer sollte mindestens so drei, vier dick sein und mehrere Türen beinhalten. Damit man sich richtig schön die Zähne ausbeißt und keinen Bock mehr hat, die Tür zu öffnen. Alter, guck mal, wenn du hier zum Holzkucken tust beim Ofen, sag mal nicht, man denkt manchmal, dass es ein Manneken ist, der da hockt, der? Das braune da. Ja. Ja. Weil der so holzig aussieht wie du noch. Holzig. Okay, ich habe hier die Blöcke. Soll ich den mal loslegen oder was? Ja, ich lege schon mal los. Ja, der baut hier noch. Hier so oder was? Warte, ich kann jetzt auch, oh, ich kann jetzt auch zwölf bauen. Wow. Tier 3 war das jetzt, ne? Ja. Du meinst hier also, ja? Warte. Ich drehe mich um. Joa. Kann sie eigentlich abbauen? Versuch mal. Ja, das kann man abbauen. Aber eben mit 3000 Schaden. Ne, mit rechts. Versuch mal mit rechts Flick. Nein, wieso? Kannst du? Hier. Oh, du kannst das? Ja, du musst einen Block in der Hand haben. Okay, ich habe keine Blöcke in der Hand. 44 Blöcke, wow. Oh mein Gott, what is it? Amazing. Ne, ich kann deine nicht abbauen. Also müssen wir, ja. Aber gut, wir spielen ja eh zusammen. Ja, wir spielen ja eh wie so zusammen. Wirklich? Vielleicht töte ich dich danach. Ja. Alter. Das ist ja richtig, so richtig arschig. Aber. Wie hoch wollen wir es bauen? Ich weiß nicht, wie lustig sind, oder? Ich weiß nicht, wie hoch. Also wir können ja auch ein paar mehrere Stockwerke bauen. Das ist ja auch. Ich kann ja immer noch wie so einen Panzer bauen. Ja, was wolltest du eigentlich gerade sagen? Äh, ich, äh, ach so mit der Höhe, oder was? Ne, davor. Bevor ich dich unterbrochen hatte. Weiß nicht. Wollt ihr was sagen? Ich will immer was sagen. Das ist sehr aufdringlich. Da sind schon wieder Wassergeräusche rechts. Soll er kommen? Ach so, weiß ich jetzt nicht, aber vielleicht, wir können ja ein zweites Stockwerk noch bauen. Habe ich zugebaut? Ah, du hattest es vor, ne? Nein. So was würde ich nie machen. So. So, ich hab noch 17 Blöcke, das wird knapp. Haben wir kein Holz mehr? Also ich hab keins mehr. Ich hab meine 2000 Stück reingepackt. Das einzige kleine Problemchen ist jetzt einfach bei dem Bau, wir müssen jetzt auch von oben, weil man eben von den Bergen so locker hochkommt. Und weißt du, was wir ganz Schlaues vergessen haben? Ne Tür? Nein, bitte unnötig. Ja, ich kann die Blöcke hier nicht wegmachen. Aber deine, mach deine weg. Ja, ich hab meinen Block weggemacht. Und dann baust du eine Tür rein? Ja. So Holz? Da unten bist du dran. Wollen wir die Tür vielleicht verstecken? Du hast doch hinten angefangen. Dann sieht man die nicht sofort. Du meinst hier? Ja, so ein bisschen einfach so. Ja, genau, da. Und dann können wir sie ein bisschen mit ein paar Büschen verstecken oder so. Aber wir müssen das hier alles ganz, äh, 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 alles versteckt werden. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Das hat da schon mal ein bisschen was. Ja, wir haben schon einiges geschafft. Da bin ich auch zufrieden. Und ich kann jetzt ein bisschen, äh, schon für unsere Deckung sorgen. Jetzt ist Wassergeräusch vor uns. Wie geht das denn? Wassergeräusch ist hässlich. Also, ich nehm mal. Soll ich schon mal mit Deck anfangen? Ich hab Angst. So, was? Ja. Äh. Ja, ich werd noch ein bisschen Holz kloppen, glaub ich, weil... Ey, jetzt hab ich ne Fackel an. Weil wir brauchen ja Bäume. Aber vielleicht nicht genau vor unserem Haus. Vielleicht so die kleinen höchstens. Ich will ja nix sagen. Ja. Es ist jemand da. Aber da oben ist ein Gem oder so. Guck mal. Ein was? Lol. Guck sie da oben mal an. Der baut beidseitig. Also, auf beide Seiten. Beim König, oben beim Schwert. Äh, ich seh's gerade. Wie macht er das denn? Ich... Ach nee, da ist ein anderes Spieler noch drauf. Auf dem Schwert? Links und rechts ist einer. Aber nicht bei uns. Nein, oben. Beim Schwert oben. Ja, genau. Beim Schwert nur. Okay. Äh. Ich glaub... Ey, Nachbar. Bei uns nicht. So, ich geh mal kurz die Wassergeräusche nochmal nach. Nicht machen die Tür schon mal rein. Ah, Alter. Hm. So, Alter. Das gibt's doch nicht. Lil... So. 20 von denen nur. Boah, das ist der. Aber was wollen die denn da jetzt machen? Das Schlimme daran ist, die sehen uns ja jetzt von oben. Ach, geil. Nee, ich guck gerade. Eine Stone... Ein... 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 Tür. Guck mal kurz selber. Ist das doch eine Tür, oder? Der... Der... Der Steinbogen hier. Guck mal kurz. Bei der Werkbank. Bei der Werkbank. Ich hab's noch nicht gebaut, deswegen... Ich war mir so unsicher, was es sein wird. Ähm... Wo? Bei den Türen. Bei den Doors. Das mittlere. Das ist eine Tür? Das sieht so... Nee, das ist nur so ein Bogen, glaub ich, ne? Ja, aber auch, ne? Weil das so unter Türen ist. Deswegen bin ich so... Okay, den Baum... Äh, hast du genug Quals für die große Tür? Du meinst... Welche Tür? Die T2? Die 2, ja. Aua. Hinter dir! Ah! Nein! 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 Komm, 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 komm raus! Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich komm auf mein Winterhaufen. Lass sie rennen! Ich hab's schon, ich hab's schon, ich hab's nicht getan! Alter, ich hab' mich verarschbrocken gerade. Und da waren natürlich welche, Mann! Toll! Alles weg! Ah, nein, ich hab' noch mein Eisen. Lass rennen! Ich kann grad nicht... Ich muss mich heilen! Nimm ne Bandage! Ach, du kannst wieder rennen. Alter! Toll! Super! Yay! Alles verloren! Toll! Super versteckt, ja, hm... Alter, hab ich mich da schon... Alter, ich bin so zusammengezuckt gerade. Und ich so, oh, oh! Und ich so, ja, was ist denn? Auf einmal steht der Tür, wo hast du hingeguckt die ganze Zeit? Ich? Nein, ich hab... Du musst dir so vorstellen, weil im Workbench auf einmal merk ich, ich werd' zurückgedrückt. Ich denk mir so, was ist denn jetzt los? Ja, lauf einfach. Toll. Er hat unseren Loot nicht. Wir haben nichts zurückgelassen. Er hat nur einen scheiß Ofen, den er nicht wegnehmen kann. Und auch unser... Die Werkbench kann er auch nicht wegnehmen. Er kann nichts wegnehmen. Aber von wo kam der auf einmal? Und warum? Er kam durch das Gebirge, kam der höchstwahrscheinlich. Und warum? Ich weiß nicht, weil er einen Arsch ist wahrscheinlich. Aber wie er dich zuerst angegriffen hat, hat er mich nicht gesehen? Oh, ich hab mich so erschrocken. Oh Gott. Der Krick liegt mir echt noch in den Gliedern. Oh, wow. Alter. Aber ich hab noch... Letcher, Letcher, Letcher. Er hat versucht noch hinterher zu kommen. Ich hab noch zugebaut, ja. Zugebaut? Echt? Ja. Hast du das Dach zugebaut? Ja. Loy! Hätten wir das Dach noch zugebaut? Dann wären wir... Hey, wir hätten das Dach zuerst bauen müssen. Ja. Wahrscheinlich. Nee, dann wäre er über das Dach eben von der Seite gekommen. Ach, das ärgert mich gerade ein bisschen. Entweder warten wir jetzt, aber er wird wahrscheinlich auch warten, dass wir zurückkommen, weil er weiß, dass er nichts klauen kann. Aber guck mal, rennen wir dann alle gleich schnell? Von daher kann man von der Ferne gucken, oder? Weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaub, wir rennen relativ gleich. Wenn er aber Pfeil im Bogen hat, sind wir tot. Rechts, da ist wieder Sound gewesen von Wasser, ne? Von bei mir. Hören die was? Aber über uns, guck mal, die Burg. Ja, aber der kann uns da hinten nicht sehen. Vielleicht umrandet er uns schon, weil er weiß, dass wir hier sind. Mann, warum denn, ey? Der soll uns bauen lassen. Ich hasse sowas. Guck mal, wie es ist noch voll anfängt und der ist schon so heilend. Ja, das ist das Nervige. Man braucht einfach ne Gilde. Wart mal. Oh. Ja, ich schreib's jetzt in Großbuchstaben, das heißt, ich schreie. Brauchen irgendeine Gilde, ehrlich. Ne Gilde machen alleine schon. Da, da drüben ist er, da drüben ist er. Ja, komm mal hier. Er kommt, er kommt, er kommt. Komm her, komm. Komm hier lang. Ach so, ist er hinter mir? Nein, der ist hier im Wasser. Vor mir. Irgendwo. Er schwimmt jetzt zu uns rüber. Warum, 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 warum? Warum ich gerade hier lang laufe, weiß ich nicht. Ja, die Polizei will. Kannst du mal der Kräuterpolizei schreiben? Geht nicht, er ist hier im Wasser. Vor uns. Ach so, wo bist du denn? Er ist hinter dir. Warum immer hinter dir? Doch nicht, da, er springt. Siehst du ihn im Wasser? Bitte lassen Sie uns in Ruhe. Bitte lassen Sie mich in Ruhe. Was wollen Sie, Sie grober Herr? Wir haben nichts getan. Er ist da hinten im Wasser. Oh Gott. Du hast eine Tüte gebaut, wo bist du? Ah, ich laufe. Hilfe. Ja, komm, der ist hinter mir. Ja, oh gut, ich bin los geworden. Hilfe, ich komme zu dir gerade. Ich würde mir so ge... Nein! Bleib entfernt. Hilfe. 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 Lauf. Ja, wohin? Ich weiß es nicht. Ich habe doch kein Leben. Wo bist du denn? Ach, ist er noch hinter dir? Ich habe gerade ein Lachfleisch. Hilfe. Ich weiß es nicht. Wo bist du jetzt? Hier oben. Wahrscheinlich. Weil du da oben bist, sieht er dich. Aber ich sehe ihn nicht. Aber er ist nicht schneller, oder? Weiß ich nicht. Alter, jetzt sehe ich überall diesen Typen. Ehrlich. Lass uns schnell zusammenbauen. Wie viele Rohstoffe hast du? Äh, 16. Oh. Das ist nicht viel. Und ich habe 20 von dem, 7 von denen. Ja, toll. Das wird nicht viel. Das ist nicht viel. Nee, dafür ist das oben zu groß. Oh, mein Handy. Ich höre einen Hut. Äh, ach nee, das war dein. Ja. Okay. Oh nein, sowas gibt es da nicht. Ach, der hat irgendwas in der Hand gehabt. Eine Lanze, oder so. Ja, ach, das ist ein Arsch einfach. Nur ehrlich. Fett ausgerüstet. Wollen wir uns mal mit der Kräuterpolizei zu Damen treffen? Ähm, wir haben hier einen Hack auf uns, Server. Echt? Ja. Ähm, hast du den? Mann, du lest nie den Chat, Mensch. Nee, ich lese den Chat ehrlich nicht. Ich bin da mehr um mein Leben gerade gerannt, anstatt Chats zu lesen. Wo bist du? Hintet. Ach, du hast Axt gezogen. Ich dachte, was ist das für ein Geräusch? Ähm. Du hast doch den da oben gesehen, der sich da in der Luft gebaut hat, ne? Ja. Das soll ein Hacker gewesen sein. Ah, okay, ja gut. Hallo. Ich hab mich schon gewundert. Hallo. Grüß Gott, Grüß Gott. Hier ist irgendjemand, der will uns töten mit Rüstung und so, klar. Die Leute haben echt Angst vor uns, ne? Ich glaube, das sollte mein Schwer nicht zücken. Ich komme. Komm her. Weißt du, den überfallen wir. Angriff! Wo bist du denn? Nein, das ist bestimmt... Er hat sich... Er hat sich ausgelockt. Jetzt geh hin. Dann liegt da sein... Nein, hier ist doch noch irgendwo der andere. Der wartet nur auf die Nacht, glaube ich. Oh, scheiße. Wir sind in der Nacht gleich. Das sieht toll aus. Ähm. Äh. Ja, wo sollen wir jetzt hin? Wollen wir zur Kräuterpolizei? Sind wir zu dritt schon? Dann greift er uns sicherlich nicht mehr an. Vielleicht ist es die Kräuterpolizei und hat Angst bekommen. Ja, das denke ich nämlich auch. Alter, was ist das für ein Spiel? Er will doch nur spielen. Er will doch nur spielen. Das ist so dämlich. Jetzt habe ich einen aggro... Aggressiven Zustand. Es ist nicht aggressiv. Es ist lustig. Ähm. Kannst du dich noch bewegen? Ja. Okay. Boah. Ich dachte gerade, ich hatte den Sehsenk. Boah. Man musste schon Rüstung haben. Ich wollte gerade den Gop abschlagen. Ja, komm. Wir müssen... Wir können nichts mit unserer Burg machen. Da können wir gleich zurück. Und wir suchen einfach noch ein paar Sachen. Ja. Wir brauchen ja wieso noch ein paar Ressourcen. Der kann nichts mit unseren Sachen machen. Also weg sind sie nicht. Alter, der kann mit uns was machen. Ja, aber wenn wir hier gleich mit Panzer anfangen... Ey, wir müssen uns ein Seil craften, Mann. Hätten wir ihn fesseln können. Ja, stimmt. Aber... Und zu zweit sind wir stärker. Das stimmt allerdings. Ja. Wir bräuchten echt ein bisschen mehr Rüstung, glaube ich, erstmal, bevor wir... Aua. Ach du Scheiße. Jetzt habe ich echt Damage bekommen. Ich höre es nicht so. Hier ist man 5 Minuten auf dem Server und wird random gekillt. Oh, das ist ja garantiert nicht. Ähm. Wir haben einen neuen König. Ja, ach, schon wieder? Ich möchte ihn die ganze Zeit nennen. Ed von King. 0%. Ich mag Ed von King. Ja. Er hat es noch nicht umgestellt, glaube ich. Banks... Was? Was? Ich hasse Ed von King. Ach du Scheiße. Admin 3. Dreckiger Dan ist auch da. Ich bin der dreckige Dan. Ich bin der Dreckige Dan matching. Bis wieder fremd. Wie ist die Arbeit. Das absolute? Vielen Dank.